Penner. So. Okay, da muss ich eigentlich nicht lang. Schade. Hab ich die umsonst besiegt. So. Oben rechts ist ein fliegendes Viech. Epp. So. Huiuiui. Komm, komm, ein Schritt noch. Oh-oh. Oh-oh. Wow. So. muss ich irgendwie das Vieh kaputt machen ok, das ging ja doch schneller als gedacht wenn ich den Schalter trete, kommt er direkt über mir runter und dann bin ich platt wunderbar ich bin einfach mal runter, gucken was passiert ok ich vermute einfach mal, dass ich da links lang muss jo, jetzt kann ich hier unten lang so ein Mist damit habe ich jetzt nicht gerechnet ah, wunderbar bitte klettern wunderbar so kaputt und drei Hunde Zombies, Viecher, Dunkelheits Fetischisten ah, da ist ja noch einer wow, wow, wow so, einfach weg da ok, jetzt mit den Würmern wird es nochmal lustig wow, ey ah, wow NEIN ah, ah, ah wir hier erstmal die Viehung mal kaputt wäre vielleicht mal eine Idee oh, da ist noch einer oh, da ist noch einer oh, da sind ja noch zwei oder unendlich vielleicht ah so ist hier noch was sieht gut aus so jetzt aber hepp zack jetzt habe ich ein gutes Gefühl kommt raus so die drei sind kaputt schalte und hoch ich hoffe, die würden wir jetzt sind jetzt also bleiben jetzt auch weg ist ja hier langsam mal gut hier jawohl puh Nummer eins ah schön oben bleiben schön oben bleiben puh guck doch eure grüne Kacke da mal weg ey so ah nicht so nah nein scheiße man ey ja wie immer ihr seid so toll echt ey einer ist hier bestimmt noch boah boah ey ups so komm komm ey lass mich in Ruhe zack ach jetzt kommt da gar keine mehr kann ich auch ruhig runterfallen oder wo kommt der Wurm da jetzt her mal das ist so kacke dass man nur in acht Richtungen schießen kann echt ich wüsste auch nicht wie es anders zu bewerkstelligen wäre aber ah okay der Wurm ist tot aber ich will die Spinne töten endlich ey mein Gott ich hätte jetzt hier gerne so einen Speicherpunkt oder sowas oh nö okay das lief ganz gut ich habe jetzt gar nicht hier unten lang oder jo jo genau so wunderbar da kriegst ja immer noch was jo hier gibt es mir einen Trick okay da war ich einfach nur blöd ah komm einfach runterfallen mal ich war schon wieder einfach nur blöd ey ich denke immer der kann auch schießen und dann kann ich mich direkt bücken aber irgendwie braucht der doch länger als ich denke so und nochmal weil es so schön war warum braucht der da eigentlich immer so lange zum laden ey ja 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 ne